Es ist ja das Klischee schlechthin. Ist die Beziehung vorbei, muss eine neue Frisur her. Gigi Hadid hat sich jetzt einen Pony zugelegt. Ihre Trennung von Sein Malik ist Ende Oktober bekannt geworden. Dem Ganzen ist ein handfester Familienstreit vorausgegangen. Wir schauen mal, wie es dazu gekommen ist und welche Rolle Gigi Hadids Mutter dabei spielt. War die Queen trotz Rückenschmerzen dabei? Das hat der Palast bestätigt. Weitere Leute heute. Barry wird in ihrem neuen Film blutig geschlagen. Sie ist eine Sportlerin und hat sich tatsächlich verletzt. Zwei gebrochene Rippen. Aber es war der erste Film, bei dem die Schauspielerin auch Regie geführt hat. Und da wollte sie sich im wahrsten Sinne des Wortes durchschlagen. So, und jetzt verrate ich Ihnen noch, wo Sie uns finden sollten. Sie die Sendung online sehen wollen. Und zwar unter leuteheute.ztf.de. Montag bis Freitag, alles drauf. Bis dahin, ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Tschüss. Away Jungs Kart Mit Freitag, alles drauf Wie geht's escändig? Ich freue mich, wenn Sie juniors sch�� спасen. Bis dahin, ich freue mich. Ja, ich freue mich. Bis dahin, ich freue mich. Bis dahin, wenn mal wieder Rossi ہے. Tschüss. IchNa-berSD-Elein-läuwein-läuwein-notch